Folge 7 ist das ja jetzt schon mit Top 10. Liebe Freunde, ein Kälbis her. Ich habe UMP-Nahkampf, M16 auf vierfach, genug Muni, genug Medic, wie ihr seht. Kurze Einmeldung für euch. Neben mir ist gerade ein Fahrzeug angekommen, deswegen habe ich jetzt die Aufnahme auch schon angemacht und wir müssen dann in die Richtung und von da hämmert es noch wie die blöde, das jetzt Typ mit AKM, der dort gut snipet, eine KR snipet hier auch die ganze Zeit rundherum. Jetzt ist der Kreis da, jetzt heißt, die von rechts mussten sich jetzt auf jeden Fall auch bewegen. Der Baschi, das ist ein übelster Typ, der Baschi, der hat auf jeden Fall AK und M4 am Start mit AK-Sniper. Oh nice, alter, fast noch im Kreis. Nachbarhaus, ei ei ei. Eine gute, gute, geile Posi. Oh, laut. Als nächstes Mal hat es geschossen. Ich bin ja verschnupft, immer noch. und ich höre kaum was. Ich habe 100 die lauten Tage schon mit Headsets, das habe ich sonst nie, aber ich höre sonst nichts. Wir wollen ja was hören. Einer Minute muss ich nur nach links in das andere Haus oder an das andere Haus. Dahinter an der Wand kann ich mir noch Deckung suchen. Hier ist er wie gesagt. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen oder als letztes gehen. Gucken, dass ich dann im Rücken sitze von all den Typen. Energy habe ich genug, so. Ich führ Schritte. Eis. Es knallt und knallt und knallt und ihr seht nur denkt alle, der Cartman, der kämmt und kämmt und kämmt, aber wir wollen das ja gewinnen. Und jetzt hier rausrennen, während Untrum Hill ist und Sniper ist einfach doof. Hast du den Löffner noch? Den will ich eigentlich abkaschen. Oh ja. Ich gebe mir erst mal mehr dick. Ich würde den Sound gerne noch lauter machen für mich. Da ist er oben drin. Da war er oben drin. Oh oh. Ja moin hinter mir. Und jetzt, pass auf, kommt gleich unten links bestimmt vom Kreis getötet. Boah, so eine Sau, ey. Ja, starb außerhalb des Spielbereichs. Glückwunsch, du Vogel, Alter. Boah, das regt mich auf, so eine Leute, ehrlich. Regt mich richtig auf. Ah, wir sehen uns im nächsten Part. Ja, gut. Top 10, Top 8, was soll's. Gerade so eine Nase weggeknüppelt. Wir haben uns beide um das Haus gestritten, hier in dem Kreis. Es wird auch näher nach 8, Alter. Ich habe AKM Rotpunkt M16 mit 8-fach und 4-fach. Ich werde auch schon mal aufs 4-fach wechseln, weil 8-fach für den Kreis wird wohl hart. Oh, Alter, nein. Ah, es kommt. Ah, es kommt. Oh, die Kayashis. Ich muss nicht weit. Ich muss nicht weit. Es sind noch genug Bäume. Waffen gecheckt. Bereit. Warte mal. Wir warten noch mit Energy. Oh, noch drei andere. Dass die sich schön abknüllen. Ich weiß nicht, welche Waffe ich jetzt nehmen soll. Ich behalte mal die M16 mit 4-fach. Ich liebe diese Spannung. Ich muss runter. Ich muss runter. Jetzt bin ich im Kreis. Schießt er denn hier hinten? Nein. 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 So schnell kann es gehen. Da hat er es natürlich richtig einfach jetzt. Ach, so eine Scheiße, Alter. Aber ey, echt. In so einen Busch setzen ist es scheinbar gar nicht so verkehrt. Ich habe den erst extrem spät gesehen. Das muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Scheiße. Puh. Aber dritter ist schon ganz okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Oder nächste Folge. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ihr werdet es ja sehen. Viel Spaß. Liken, teilen. Nicht vergessen. Tschüss. Wir sind noch im Kreis. Ich habe da hinten gerade schön in Ambrum. Ich zeige es euch noch mit der SKS. Ja, liegt da. Jihau. Neben mir im Haus ist auch eh noch. Schon gehört. Der Kreis ist der Arclean. Was ich jetzt schön eingekackt habe. Auf jeden Fall ist die Stelle, wo ich letztes Mal gewonnen habe. Genau hier. Ja. Ich glaube, das Wetter so sein wird. Das hier. Dem häuschen wir dann noch die richtige, gute Zone. Wenn ich Glück habe, habe ich Glück. Hahaha. Hahaha. SKS mit 8-fach ist natürlich auch absolut krank, Leute. Und die hat nicht mehr Aufsätze oder ein größeres Magazin. Nix. Einfach nur 8-fach. Ich habe Muni mit für den 8-0-Krieg. Eine Katzen drehen durch. Was war das? Ich bin in Anspannung und die gehen wir auf den Sack. Na moin. Man kennt sie. Ich habe hier noch eine Schlittergranate. Die hebe ich mir von den Schultern auf. Grüße an Mario gehen raus. Ihr wisst, wie es ist. Glücksgranate. Ah, jetzt geht es gleich los hier. Wir müssen mal was reißen, ey. Erst zwei umgebracht hier. Jetzt hier echt noch ein Fahrzeug ankommt. Schieß, schieß. Mach ihn tot. Bord auf deine Muni und mach ihn tot. Ah, jetzt geht er kreis. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant, Leute. Da kommt der Kreis. Hoffentlich bin ich im nächsten auch noch drin. Aber ich habe das Gefühl, es geht um die Halle. Wird es rum. Hier kommt echt noch einer mit Auto an. Es ist doch unfassbar. Ich wusste es doch. So, klar. Die Katzen-Trainer. Wo ist denn hier hinten lege ich ein Mensch? Hinten am Baum. Muss ja gleich raus. Das wird so Mord und Totschlag jetzt. Weil hier ist genau einer oder nicht. Da ist einer. Alter. Das wird so Mord und Totschlag. Alter. Alter, was? Niemals. Oh, den habe ich abgestaubt. Hinten am Auto. Hinten am Auto. Komm, rein. Komm. Noch drei andere. Einer rechts. Einer in der Halle. Risiko. Ich risiko das jetzt schon mal. Hinten ist er. Habe ich gesehen. Ich habe ihn gesehen. Mario, drück den Daumen. Glücksgranate. Hinten. Buzze. Hinten am Auto. Hinten am Auto. Kann das jetzt nicht wahr sein? Nein, der kam von links. Hat er mich draußen geholt. Der hat es richtig gemacht. Ach, so eine Ärgernis. Ja, Moin. Ich wollte gerade rechts um die Halle gucken, ob ich da drinnen sehen kann. So schnell kann es gehen. Aber wir haben trotzdem eine geile Runde. Wir sehen uns im nächsten Part, glaube ich. Wenn nicht, nächste Folge. Jetzt habe ich schon so viel aufgenommen. Ich komme durcheinander. Aber ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Jetzt bis zum nächsten Mal.